Wir fangen an mit dem tiefen E, 5 Finger auflegen, dann das F4 Finger auflegen, das G3 Finger auflegen, noch mal das G3 Finger, das A2 Finger und das H1 Finger. Dann das hohe G, 3 Finger auflegen, überblasen, das F4 Finger überblasen, das E5 Finger überblasen, das G3 Finger überblasen, das hohe D5 Finger, der obere Loch bleibt offen, überblasen und das H1 Finger und das A2 Finger. Dann kommt wieder das G3 Finger, das A2 Finger, das H1 Finger, das H1 Finger, das G3 Finger, das E5 Finger, das G3 Finger, das F4 Finger, das G3 Finger, das A2 Finger, das G3 Finger, das A2 Finger, das G3 Finger. Finger, nochmal das G und das 11-4 Finger und das G-3 Finger. Dann kommt das hohe E, 5 Finger überblasen, das 11-4 Finger überblasen, das G-3 Finger überblasen, das F-4 Finger überblasen, das G-3 Finger überblasen, das E-5 Finger überblasen, nochmal das E, das E-F-4 Finger überblasen, das G-3 Finger überblasen, das F-4 Finger überblasen, das E-5 Finger überblasen, das F-4 Finger überblasen und das hohe D, 5 Das obere Loch bleibt offen, überblasen, und das H, ein Finger. Dann kommt das H, ein Finger, das Cis, gar kein Finger. Dann kommt das hohe D, fünf Finger, überblasen. Dann kommt das E, fünf Finger, überblasen. Nochmal. Das L, vier Finger, überblasen. Das G, drei Finger, überblasen. Das E, fünf Finger, überblasen. Das L, vier Finger. Das E, fünf Finger. Das hohe D, fünf Finger, von unten, überblasen. Das E, fünf Finger, von oben, überblasen. Nochmal. das hohe D und 5 Finger von oben E überblassen und dann kommt wieder das E normal 5 das 11 4 Finger das G 3 Finger nochmal das G 3 Finger das A 2 Finger und das H 1 Finger und dann kommt wieder das hohe G 3 Finger überblassen F 4 Finger überblassen dann kommt das E 5 Finger überblassen nochmal das G 3 Finger das hohe D 5 Finger von unten überblassen das H 1 Finger und das A 2 Finger dann kommt das G 3 Finger nochmal nochmal A 2 Finger H 1 Finger A 2 Finger H 1 Finger G 3 Finger E 5 Finger das G 3 Finger das F 4 Finger das G 3 Finger das G 3 Finger das A 2 Finger das G 3 Finger nochmal das G und das F 4 Finger und das G 3 Finger ich spiele jetzt nochmal das G 3 Finger ich spiele jetzt nochmal alles ganz langsam zusammen das G 3 Finger und das Fuku das G 3 Franken Musik Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Üben und Tschüss!